Was geht ab, meine liebe Community und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blackbox-Quatsch-Runde. Heute geht es um ein langersehntes Thema. Ich wurde vor Monaten schon darauf angesprochen, ob ich mal ein Video machen kann zum Thema Zip sammeln slash graden, auf was muss ich achten? Ja, nun möchte ich mit euch meine bisherigen Erfahrungen einmal so euch mitteilen und widerspiegeln. Und ja, dadurch, dass ich ja ein großer Fan vom Zip sammeln bin, konnte ich dadurch, würde ich mal behaupten, schon einige Erfahrungen auch mit sammeln. Ich werde euch heute zeigen, woran man an Beispielen von zum Beispiel N64-Titeln, originale OVPs mit Repos, wo man so vergleichen kann, so Andeutungen haben kann, die Zustände, auf was muss man eben achten, wenn man das Ganze sammeln möchte, graden möchte vor allem dann auch. Und ja, was für bisherige Erfahrungen ich da eben so machen konnte. Ich werde euch dementsprechend Zip-Spiele zeigen, die ungegradet als auch gegradet sind. Und ja, das wird ein feines, aber auch längeres Video. Dementsprechend schnappt euch was zu essen, was zu trinken, chillt euch auf die Couch und dann würde ich sagen, geht's jetzt los, direkt nach dem Intro. Let's go! So Leute, dann würde ich einfach mal sagen, wir fangen hier mit den zwei N64-Titeln an. Hier gibt es nämlich zwei offensichtliche Sachen. Worum habe ich hier zwei Spiele liegen? Das eine ist Original, das eine ist ein Fake, eine Repro. Ja, und wir werden uns beide einmal anschauen. Ich kann schon einmal vorneweg natürlich sagen, das Super Mario 64 hier ist das Original und hier das Mario Party ist leider eine Repro. Das kann man an mehreren Punkten sehen und bei all den Dingen werde ich das einmal mit euch durchgehen. So, dann habe ich jetzt beide einfach mal rausgeholt aus ihren Schutzhüllen. Genau, wo kann man den ersten Unterschied erkennen? Das ist auf alle Fälle der Druck. Also wenn man sich jetzt hier zum Beispiel die beiden Super Marios anschaut, natürlich wird immer bei jedem Spiel ein minimal anderer Ton, Entschuldigung, ein minimal anderer Ton, Farbton vielleicht verwendet. Aber prinzipiell hat Mario ja sein Rot. Das ist ein Super Mario Rot, sage ich mal. Ihr wisst, was ich meine. Er hat halt diesen einen Ton, das ändert sich nicht 5000 Mal. Das kann vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das überhaupt wirklich mal ändert. Vielleicht kann es minimal je nach Farb nicht mal täuschen. Wenn man aber so einen Unterschied hat, wie jetzt hier, dass man hier so ein hellrot hat und hier ist so ein kräftiges dunkelrot, ja, das ist schon sehr, sehr auffällig. Klar, das ist hier natürlich auch schon etwas älter und verblasst. Ich weiß jetzt nicht, wann die Repro erstellt wurde. Aber nichtsdestotrotz ist das halt schon ein krasser Indiz. Auch bei dem Druck selbst. Klar ist es natürlich nicht die beste Grafik. Also hier ist jetzt keine 4K-Textur auf dem Cover. Aber wenn man sich jetzt hier zum Beispiel das Super Mario, den Schriftzug hier anschaut, der ist schon ziemlich scharf. Oder auch hier dieses Only 4. Also das ist schon ziemlich scharf gedruckt. Wenn ich mir das hier jetzt mal so gebe, ich finde halt schon, dass man da sieht, dass das etwas unschärfer gedruckt ist. Aber auch das ganze Bild an sich, das hat eine sehr starke Übersättigung drin, anstatt diese natürlicheren Farben hier bei dem Super Mario 64. Wäre natürlich schöner gewesen, hätte ich zweimal dasselbe Spiel in Repro und in Original. Das habe ich leider nicht. Aber ich finde, so kann man das dann auch schon ganz gut erkennen. Ja, bei dem Nintendo-Schriftzug ist es halt dasselbe. Man sieht halt eben, dass es viel, viel rötlicher ist. Ich versuche das jetzt mal so zu halten. Dann könnt ihr das vielleicht erkennen. So vielleicht. Ja, die Kamera fokussiert dann anders. Das ist halt viel heller und hier ist es viel, viel kräftiger und dunkler. Genau, die meisten Repros sind nämlich irgendwie, warum auch immer, ich mache es jetzt wieder so, kann man aber halt auch als Vorteil sehen, meistens so gemacht, dass die stärker von den Farben sind. Gerade in den früheren Zeiten, finde ich, hat man nie so diesen, so kräftigere Farben genommen. Man versucht es so natürlich wie möglich zu halten. Die Repros, die wollen immer auffallen. Und ach, wie neu das ja aussieht. Das ist ja der Sinn einer Repro, damit man etwas austauscht und es sieht aus wie neu. Und irgendwie haben sie immer diese Philosophie dahinter. Okay, umso stärker wir die Farben machen, umso stärker dieser Druck einfach ist von, ne, vom Gesamtpaket ist es irgendwie schöner und auffälliger. Aber halt auch dafür auffälliger, was die Repro angeht. Gut, das hat man jetzt hier nicht drauf, aber zum Beispiel auch diesen Druck jetzt hier von Rumble Pack und ein bis vier Spieler, der, man sieht es hier leider nicht so gut, der ist ziemlich, ziemlich verwaschen. Ja, woran erkennt man das noch? Also einmal die Farbpunkte. Dann, ein wichtiger Punkt, den ich direkt als nächstes zeigen möchte, da ist mir dann auch aufgefallen, dass das eine Repro ist, weil auch hier war ich mir halt trotzdem nicht sicher, weil ich noch nie das Original in der Hand hatte. Also beziehungsweise doch einmal auf dem Flohmarkt, aber das war halt so verblasst. Da war selbst das Schwarz hier schon fast ein Grau. Also das war schon eher durchgehend so wie hier unten. Das war schon so hell. Dementsprechend hatte ich das Original nicht so gesehen und ich dachte mir noch so, okay, meinst du halt einfach in einem guten Zustand. Hier kann man das aber auch nochmal ganz gut sehen, bevor ich weitermache. Das fällt, finde ich, halt schon extrem auf. Also hier ist auch der Weißton wieder und der Schriftzug viel natürlicher. Hier, das ist so dick und fett gedruckt und so. Ja, ich weiß auch nicht. Das passt einfach nicht. Oder auch hier beim N64-Logo. Schön klarer weißer Hintergrund. Hier sieht man richtig, wie das N64-Logo einfach da, finde ich, nicht so gut rüberkommt. Die Kamera nimmt das halt leider echt nicht so gut auf. Gut, hier sieht man jetzt, dass der Schriftzug grüne Punkt nicht mehr drauf ist. Ich weiß nicht, ob das ein Indiz ist. Das kann ich ehrlich gesagt selber gerade nicht sagen. Aber es passt halt, finde ich, einfach von vorn bis hinten nicht. So, was ich aber eigentlich ansprechen wollte, ist gut. Einmal sieht man das natürlich auch von hier hinten, dass hier der Druck ganz anders ist. Auch hier ist es wieder viel, viel natürlicher, als wenn man sich das hier jetzt halt anschaut. Da sieht man halt schon noch gerade von den Bildern, ja, die sind viel, viel verwaschener. Und vor allem sind hier ironischerweise andere Bilder drauf, sind mir da mal aufgefallen, als ich das mit Original verglichen habe, als beim Original. Zumindest habe ich einige gesehen, die anders sind. Ich weiß nicht, ob das dann daran lag, ob es eine andere Version ist mit UK oder so. Bei eigentlich ist es ja eine EU-Version. Ich weiß es nicht genau, was für eine Version das war. Ob es dann die amerikanische war, da möchte ich mich jetzt nicht zu sehr drauf versteifen. Auf alle Fälle, was ich eigentlich zeigen wollte, wenn man jetzt hier die Lasche aufmacht. So, die mache ich jetzt mal auf. Und die hier mache ich jetzt mal auf. Jetzt muss ich selber gerade mal kurz schauen. Ah, falsche Seite. Die falsche Seite aufgemacht. Ja, so kann man es super erkennen. Was fällt euch auf? Wenn ich euch diese Lasche hier zeige. Also jetzt mal das hier außen vor gelassen. Einfach nur jetzt hier diese Lasche zeige. Wie man das hier so schön sehen kann. Und wenn ich euch diese Lasche hier zeige. Sie sieht natürlich erstmal sehr, sehr schön aus, weil da nichts wirkliches an Macke dran ist. Woran ihr aber erkennen könnt. Woran eine Repro ist, sind diese Laschen hier. Denn ich versuche das wieder gemeinsam in die Kamera zu halten. Ich denke mal, wenn man das von oben macht. Ah ja, so kann man das ganz gut sehen. Hier ist ein Einknick da. Also hier ist ein Schlitz mit drin beim Original. Beim Fake siehst du hier nur diese Voranfertigung mit dieser weißen Linie. Ist aber nicht so. Diese Repros. Vielleicht gibt es Ausnahmen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das, was ich heute zeige, 1 zu 1 immer so ist. Aber das sind so meine Erfahrungen halt bisher. Sind leider so, dass das Ganze nicht ausgestanzt ist. Und daran könnt ihr das immer erkennen. Das heißt, seid ihr euch zum Beispiel mal auf dem Flohmarkt oder Ebay Kleinanzeigen unsicher, ist das wirklich ein krasser Indiz. Zusammen mit deinen Farben. Und nicht jeder macht das ja gleich. Es kommt bestimmt auch drauf an, wer das Repro hat. Kann man das so sagen? Ach, keine Ahnung. Ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Weil das ist in der Regel immer so, dass das nicht ausgestanzt ist. Und sobald ihr das seht, wisst ihr, das ist eine Repro. Weil genau deswegen sind auch so Zips-Sachen, was so alte Games angeht, so wertvoll, wie ich finde. Weil es ist ja viel, viel anfälliger, wenn du immer mehr Kanten hast. Weil dadurch, dass du hier zum Beispiel die Einrisse hast, seht ihr hier auf der Seite zum Beispiel sehr, sehr gut, ist das schon wieder so aufge... ne? Ja, so weggeknickt, beziehungsweise ist das so aufgequollen von der Pappe, vom Karton. Das macht es ja viel, viel anfälliger in dem Sinne. Und dementsprechend sind halt Zips auch meiner Meinung nach einfach so wertvoll. Ja, das ist ein weiterer Punkt, den ihr immer kontrollieren solltet. Genau, haben wir sonst noch was, was ich euch jetzt hier bei den beiden Games zeigen kann? Ne, ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, achtet vor allem immer auf den Farbdruck. Ähm, wenn ihr euch das Ganze jetzt hier so anschaut, ähm, ich dachte tatsächlich, dass die beiden Sachen auch schon ein Indies für Fakes sind, aber die sind wohl beim Original auch drauf, genauso wie dieses Pure Tours Public. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht dasselbe Spiel hat, weil jedes Spiel hat ja andere Sachen wieder auf dem Cover und wieder nicht. Aber auch gerade hier, also noch offensichtlicher kann man es eigentlich nicht machen. Nochmal zum Abschluss. Schaut euch diesen QR-Code an. Das ist schon lachhaft. Wie der hier jetzt aussieht. Und wie der hier jetzt aussieht. Der ist schon wieder viel, viel stärker gedruckt. Ja, gut. Das ist erstmal so viel dazu. Das sind erstmal die beiden Games, die ich euch als erstes zeigen wollte. Und nun kommen wir zu den nächsten Sachen. So, dann habe ich euch hier wieder ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier noch zwei andere Spiele liegen, die habe ich jetzt aber erstmal außerhalb der Kamera gelassen. Ich habe jetzt hier noch vier weitere Gameboy-Spiele, die rein Zip sind, die immer so verschiedene Punkte einfach haben. Ähm, genau. Fangen wir einfach mal mit der UVP an. Auf was achte ich jetzt? Also, auf was muss man achten? Für die jeweiligen Grades. Auf was achte ich da immer? Insbesondere darauf. Für mich ist das Wichtigste immer die reine Optik. Das heißt, wenn ich schon sehe, von vorne, es ist ziemlich zerfetzt. So jetzt wie hier. Man hat hier Abriebe, hier Sticker ist jetzt erstmal zweitrangig, aber ich sehe schon auch von vorne, hier geht schon so ein Riss runter. Ähm, hier oben sind so Knicke drin, ähm, die ihr erkennen könnt. Ist schon mal ein schlechtes Indiz. Selbes Prinzip von der Rückseite. Hier sieht man halt auch, ne, das geht gar nicht. Das ist für mich schon so ein Punkt, wenn ich weiß, rein optisch, sieht das schon nicht gut aus. Nicht nur, dass die UVP natürlich dementsprechend eine schlechte Bewertung bekommen wird, ähm, gerade was jetzt das hier angeht, also, keine Ahnung, das wäre vielleicht eine, nur von dem, was man bisher so sieht. Weiß ich nicht. Was wird denn das sein, ey? 30, 40? Also, es ist schon nicht mehr gradebar. Das kannst du eigentlich vergessen. Mit dem, was das an Gesamtbewertung ist, das ist vielleicht eine 10, also das Niedrigste, weil, die Lasche hier geht zum Beispiel komplett ab. Das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, so sollte es eigentlich nicht sein, ähm, aber, und auch hier die, ähm, die, also, die eine Seitenlasche hier, die fehlt auch komplett. Also, das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, worum ich auch gesagt habe, ich muss mir Donkey Kong Land 1 bis 3 nochmal, ja, selber holen. So, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, wo ich jetzt mir die Anleitung noch zur Seite lege. Wir schauen uns jetzt mal das Super Mario Land an, wo ich finde, das ist noch ein akzeptabler Zustand. Dieses Spiel hat eigentlich nur zwei Punkte, die krass sind. Wenn ich jetzt, so, pack das hier mal zur Seite. Wenn wir uns das jetzt hier mal genauer anschauen, was fällt uns als erstes auf? Uns fällt auf, hier, der Kugelschreiberstrich. Ich glaube, das ist somit das Krasseste, zusammen mit dieser Linie hier oben, mit diesem Knick. Ähm, bei diesem Kugelschreiber ist natürlich eine ärgerliche Sache, aber auch das ist nicht unbedingt, das Ende der Welt. Man kann nämlich ganz normal mit, ne, es gibt ja diese, ähm, Kugelschreiberlöser, diese Entferner-Edding, wie man es von der Schule kennt. Damit kann man natürlich die Farbe erstmal wegnehmen. Man darf natürlich davon nicht zu viel nehmen und da empfehle ich euch halt auch, äh, da sehr, sehr vorsichtig mit umzugehen, weil es ist ja eine Feuchtigkeit, die aus diesem Stift rauskommt. Und wenn ihr da zu viel, zu schnell drüber geht, dann kommt, entsteht hier so ein, ja, ich nenne es mal Pfütze, ähm, wenn zu viel Flüssigkeit auf eine Stelle ist, bei so einem Karton reicht das ja und dann hast du hier einen Wasserschaden und der ist schlimmer als so ein Kugelschreiberstrich. Dann könnt ihr es echt vergessen. Ähm, gerade wenn euch das Spiel ziemlich wichtig ist. Man sollte also da echt immer ganz leicht, ganz dezent rüber, nur so ein Hauch, so, wie so ein drüber streicheln, kann ich nur empfehlen. Ähm, was da glaube ich am besten ist. Ich habe es selber jetzt hier noch nicht gemacht, äh, da sollte man halt aber aufpassen. Genau, bei mir hier ist zum Beispiel jetzt der Vorteil, ich merke es natürlich, wenn ich hier rübergehe, dass hier die Linie ist. Es ist aber keine, kein großer Einstrich. Also man merkt schon, natürlich ist es minimal reingeritzt worden, sonst könntest du es nicht fühlen. Ähm, es ist aber nicht stark. So, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wie stark das reingeht. Hm, nicht so gut. Gerade jetzt hier bei dem B geht es minimal tiefer rein. Ähm, wenn man aber die Farbe jetzt wegmacht, fällt es gar nicht mehr so krass auf und dann ist es halt wie eine kleine Delle. So, und hier oben hat man auch nochmal diesen Knick drin. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich hier in der Mitte. Ähm, ja, ist leider nicht so schön. Sonst muss ich aber sagen, sieht die Front ziemlich clean aus. Jetzt erstmal gesagt, ohne diesen Farbweg, den haben wir weggemacht, hat mir hier nur ein minimaler Abdruck. Der ist wahrscheinlich noch schwächer, wie das jetzt hier oben. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und dann finde ich das ziemlich clean. Wenn wir uns das von der Seite anschauen, sieht das super aus. Wenn wir uns das jetzt von oben anschauen, hat man auch hier nur so ganz leichte Punkte. Finde ich jetzt soweit in Ordnung. Selbes Prinzip hier. Hier hat man, ah, hier hat man auch noch eine leichte Stelle zum Beispiel. Ähm, ich finde das jetzt aber nicht so welttragisch. Es kommt halt auch, wie gesagt, immer darauf an, was für ein Grade man haben möchte. Aber da kommen wir gleich zu. Und von der Rückseite her, muss ich aber sagen, sieht das Ganze auch sehr, sehr clean aus. Klar, man hat einfach so Spuren wie jetzt hier vorne. Ähm, und hier ist so ein bisschen Dreck. Ähm, ich weiß nicht, ob man das wegmachen kann oder ob das schon zu alt dafür ist. Das könnte natürlich dann einen Abzug geben. auf sowas muss man immer achten. Da kann ich auch, mal kurz noch ein anderes Beispiel herholen. Die meisten von euch kennen meine Pokémon Rote Edition. Warum hat die nur eine 65 plus bekommen beziehungsweise eine Box ist viel wichtiger, 62? Weil die halt einfach diesen Fliegenschiss auf gut Deutsch, ähm, hier hinten drauf hat. Und zwar halt auf der kompletten OVP verteilt. Also auf dieser kompletten Rückseite. Immer wieder siehst du hier diese schwarzen Punkte. Gerade hier oben natürlich vermehrt. Und die sind halt schon so lange drauf, dass die sich eingefressen haben. Wenn man das jetzt, ähm, merkt, so blöd es klingt, man sollte es nicht ausprobieren und im Regelfall ist das leider nicht so der Fall. Aber je nachdem, wie kurzweilig der Kackfleck drauf ist, kann man sehen, ähm, dass man das wohl auch noch ziemlich gut wegbekommt, laut den Aussagen, die ich jetzt bekommen habe. Ähm, und solange es natürlich aber drauf ist, ich meine, man kennt es ja, es ist letztendlich Code, da sind halt auch natürliche Chemikalien in dem Fall drin, das fress sich halt ein. So, und dann sieht man halt hier Bestfall, na, also eben nicht Bestfall, aber im Worst-Case-Szenario diesen Punkt, den Weißen hier, da hat er es versucht, das ja wegzukriegen, ähm, und, ja, entweder man hat dann schwarze Punkte oder weiße, weil das Rot kannst du nicht mehr retten unten drunter. Ist es jetzt, wäre das jetzt relativ frisch gewesen, wäre wohl die Chance noch ganz gut da. Also es kommt halt da immer wirklich sehr drauf an. Genau, das wollte ich einmal nur zeigen, ähm, dementsprechend da halt auch immer noch mal so ein bisschen drauf achten, das heißt, nicht nur Knicke oder so Farben, wie jetzt hier mit dem Kugelschreiber, sind wichtig, sondern halt eben auch so, ja, so Drecksachen, ob das jetzt durch natürlichen Dreck ist oder halt jetzt auch solche speziellen Sachen wie Kot oder was auch immer jetzt hier für so ein komischer Überrest drin ist, das hatte ich jetzt selber, ehrlich gesagt, auch gerade nicht auf dem Schirm. Da muss man sich immer die Unterseite anschauen, ähm, da kann ich gerne noch mal das Donkey Kong als Vergleich dazu holen. Die ist hier beim Donkey Kong schon komplett eingerissen. Das kannst du vergessen, das, ne, da merkt man halt schon, das ist das Schnellste, was halt hier unten passieren kann, gerade bei dem, was hier rausragt, jetzt hier vorne beim oberen ähm, oder auch bei dem hier, also praktisch bei diesen beiden Seiten natürlich, da kann schnell mal was einreißen. So, und da muss man halt immer drauf achten, wenn sowas schon ist, kann ich das Ganze nicht mehr empfehlen. Ja, dann würde ich auf jeden Fall auch immer auf die Lasche achten. Ähm, wie gesagt, man hat hier, ähm, und ja, hier hat man diesen, diese Einrisse wieder nicht. Ähm, das stimmt tatsächlich. Ich muss selber gerade gestehen, ich weiß nicht warum. ist mir selber tatsächlich noch nie aufgefallen. Bei jedem anderen Spiel habe ich das. Bei meiner Pokémon gelben Edition, bei der roten, bei der blauen. Wie ist es bei Donkey Kong? Das interessiert mich ja jetzt. Nee, bei Donkey Kong nicht. Also tatsächlich, das ist ein Punkt, da bin ich gerade selber dezent überfragt. Kann mir vielleicht dann doch nochmal ein, gerade ein Gameboy-Experte vielleicht hinschreiben in die Kommentare, worum das bei manchen Games ist und bei manchen nicht, weil denen würde das ja den Punkt widersprechen, mit, dass die einen die Repros sind. Also bei dem war es jetzt offensichtlich, weil du hast sogar diese Vorstandsung, dass es so sein soll und man sieht es ja auch bei den anderen Games, worum das jetzt bei dem hier ist. Keine Ahnung. Ja genau. So, das ist das eigentlich, was man so zur OVP gucken muss. Also kurze Zusammenfassung. Knicke, Dellen, Risse und dann so Farbsachen gab es jetzt hier, Kugelschreiber ist, ob es durch Schmutzsachen ist wie hier hinten, geschweige denn irgendwelche Kotflecken. Dann macht das Ganze natürlich einen großen Unterschied aus. So. Ich werde euch jetzt alles anhand von Super Mario Land hauptsächlich erstmal zeigen und danach werde ich euch nochmal ein, zwei andere Spiele zeigen als Vergleich, wie so die Zustände sind. Genau. Hier sind dann so die ganzen Anleitungen. Sowas ist immer für ein Zip-Grade wichtig. Also sowas ist jetzt Ultra-Zip. Das ist nicht für jeden wichtig, für jede Firma. Also ich weiß nicht, wie es gerade bei Pixel ist. Ich meine auch nicht. Bei OneUp ist es aber nicht zwangsgemäß notwendig. Die Anleitung habe ich hier tatsächlich nicht mit bei. Deswegen habe ich mir auch schon die Donkey Kong Land jetzt als Ersatz erstmal rausgeholt, um euch die kurz zu zeigen. Wenn wir uns jetzt so eine Anleitung anschauen. Ihr habt die jetzt so in der Hand, ist es natürlich wichtig, was man hier schon sieht, erstmal auch hier wieder Farbabriebe. Das heißt, selbes Prinzip. Man schaut erstmal drüber. Man hat hier schon auch so natürlich so Abnutzungsspuren, so von der Farbe. Man hat es halt ein paar Mal in der Hand gehabt. Dann, was man natürlich ganz schnell hat, auf der Vorder- oder auch Rückseite, aber das ist jetzt in dem Fall sogar eigentlich verhältnismäßig ganz gut, sind so Knicke. Man hat jetzt hier so Knicke drin, wie man das jetzt hier erkennen kann oder hier vorne, seht ihr den kleinen weißen, da hat man immer was. Oder hier vorne, die sind auch immer ganz schnell eingeknickt. Allein nur durch das Rein- und Rausschieben bleibt mir hier ganz gerne mal hängen. Da muss man halt echt immer aufpassen. Auf solche Sachen achte ich dann natürlich immer gerne solche, egal ob OVP, Anleitung oder auch bei Motul wird es ein bisschen schwieriger, aber gerade eben bei OVP und Anleitung gerne auch mal ins Licht, ins direkte Licht halten und ein bisschen hin und her bewegen. Dann könnt ihr auch schon erkennen, ob da noch zusätzlich Kratzer drauf sind oder nicht, weil das ist auch immer ein wichtiger, wichtiger Punkt. Deswegen ist dann vielleicht mal auch ein Grade, ja, besser oder eben auch schlechter sein kann. Und dann haben wir hier gerade das aller, allerbeste Beispiel, wie schlecht ein Modul sein kann. Und das ist das hier. Ein Super Mario Land, wo man hier schon sieht, Farbrebe ist ab. Im Bestfall sieht das natürlich nicht so aus, sondern man hat den kompletten, perfekten Druck. Genau, das kann ich sonst gleich nochmal bei einem anderen Spiel zeigen. Nicht unbedingt immer darauf achten, wie gerade das hier jetzt drauf gedruckt ist. Das ist immer unterschiedlich, das ist nie perfekt gerade. Aber auf sowas immer achten. Das heißt, dass hier keine Abgebe sind. Ob hier, also ein bisschen kann man schon machen, ob hier zusätzlich noch Kratzer drauf sind oder nicht. Hier zum Beispiel ist noch so eine Zahl drauf. In dem Fall ist das eine 20. Ich glaube, die kann man, ach doch, hier, 20a heißt es sogar, glaube ich. Ich meine, die Repros haben das auch nicht. Da bin ich mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Und ja, was kann man bei den Modulen noch nachschauen? Wie sieht das Innere aus? Sprich, wenn man jetzt hier reinguckt, da muss ich aber sagen, hatte ich leider selber noch kein Fake-Modul in der Hand, um das jetzt direkt vergleichen zu können. Das Ganze hier sieht halt auch anders aus, wenn es ein Fake ist. Möchte ich jetzt mich nicht groß zu äußern, weil wie gesagt, hatte ich es selber nicht in der Hand, um das Ganze jetzt beurteilen zu können. Das kann vielleicht der ein oder andere in den Kommentaren. Aber eben der Chip hier selber, also wo du das reinsteckst, die haben dann eine ganz andere, ich nenne es mal Riffelung, wie man das halt auch nennen möchte. Genau, da ist halt dann schon nochmal ein Unterschied zu sehen. Prinzipiell natürlich auch bei den ganzen Repro-Modulen, auch die haben natürlich wieder einen viel, viel schlechteren, ach Quatsch, das kommt da hin, einen viel, viel schlechteren Druck als halt eben das Original, was die Farben angeht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch schon wieder eine ganze Weile gequatscht. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell im Durchlauf, ohne groß zu quatschen, nochmal ein, zwei andere Games, auf was man vielleicht achten sollte. Und dann möchte ich euch nochmal ein paar gegradete Sachen einfach kurz zeigen, warum und weshalb, da wo man vielleicht so die Unterschiede sehen kann. So, bis gleich. So, gerade diese drei Spiele sind nochmal schnell zum Zeigen perfekt. Yu-Gi-Oh ist wirklich, würde ich sagen, der beste Zustand von den dreien. Da ist nicht wirklich viel dran. Ich hole es jetzt nicht aus der Hülle, aber ihr könnt es sehen, hier vorne, super Zustand, es liegt noch schön flach auf. Hier an der Seite hast du eigentlich erstmal auch halt nichts, genauso wie oben. An der Seite auch nicht, es ist wirklich clean. Auch von der Front kann man wirklich nicht meckern, das was ihr hier seht, ist nur von der Hülle. Also es ist wirklich ein geiler Zustand und wäre meiner Meinung nach auch eine Goldbewertung. Man hat nur hier oben das so mini, minimal. Ja, und dann kommen wir halt leider zu einer Rückseite, wo zwar kein Einriss ist, wo kein Abrieb ist, aber man hat hier eindeutig diesen Eindruck und das sieht man halt hier an der Kante sehr, sehr gut, dass es so eingedrückt ist und vor allem halt natürlich allgemein auch so beim Draufschauen, das geht hier natürlich komplett so ein und man hat hier diesen Security-Sticker noch zusätzlich mit drauf. Ist natürlich optisch jetzt auch keine Augenweide, ist auch immer ein wichtiger Punkt, ich würde sowas niemals selber wegmachen lassen. Also gerade wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, würde ich das Ganze immer lassen. Bei solchen Sachen wie Star Wars jetzt hier, bei diesem Sticker hier, das Ganze mit normalen Etikettenkleber auch entfernen, kann ich euch gerne was auf Amazon mal raussuchen und in die Videobeschreibung packen, aber bei solchen Sachen würde ich immer die Finger davon lassen und es lieber dem Grading-Unternehmen dann machen lassen. ist man einfach auf der sicheren Seite. Ja, hier ist es natürlich ein ziemlicher mieser Punkt, weil man einfach sieht, okay, es ist komplett eingedrückt. Es ist natürlich optisch nicht schön, dementsprechend wird die OVP, gehe ich jetzt mal davon aus, sonst ist sie in einem guten Zustand, aber ja, weiß ich nicht. Ich hätte es mal auf plus minus 80 geschätzt. Lass es, ja, ich sage einfach nur mal grob, hätte ich jetzt so eingeschätzt, OVP 80, weil es ist ja kein gigantischer Punkt, hier sieht man es auch ja nur relativ klein, aber es ist halt nun mal schon eine größere Stelle, deswegen hätte ich da jetzt eine 80 geschätzt gehabt. Hier bei solchen Sachen wie Star Wars ist ähnlich wie bei Donkey Kong Land hier schon ziemlich zerfetzt oben. Man hat hier diesen Sticker drauf, was erstmal nicht wild ist, aber auch der Sticker ist schon beschädigt. Dann hat man hier den voll fetten Knick mit drin, so wie bei dem Super Mario Land. Dann hat man das hier unten, die Kanten muss man auch immer kontrollieren. Das ist natürlich ganz wichtig, aber ist eben wieder dieser Aspekt rein optisch erstmal, wie es halt aussieht, wie ich es ganz am Anfang gesagt hatte, ein wichtiger Punkt. Und dann hat man hier, das sind die allerschlimmsten, würde ich jetzt mal behaupten. Das hier geht auch noch bei dem Yu-Gi-Oh! im Verhältnis ist das hier aber halt wirklich schlimm, da kannst du eigentlich, glaube ich, nichts machen. Vielleicht mit sehr, sehr viel Geduld, ich weiß es nicht, aber das sind die Security-Kleber in Großformat, die zerstören die halt einfach das Komplette. Und früher, dadurch, dass die Gameboy-Spiele ja keine, ja, also nicht jedes Spiel wurde Sealed verkauft. So, und dadurch ist das halt, die hatten dann nur so ein Distributor-Seal, also sprich über, ja, über die Laschen, dass du es halt eben nicht aufmachen kannst. Und dementsprechend haben die es halt dann so auf die Verpackung geklebt. So halt wie hier vorne und hinten. Muss man immer so ein bisschen drauf achten, dementsprechend kann es halt die OVP für nichts mehr zu gebrauchen. Es ist schade, ja, für die, die es einfach nur so für die Sammlung haben wollen, ich habe, glaube ich, die OVP mal für einen Fünfer gekriegt oder so. Weil es da, wo es ist, habe ich es erstmal mitgenommen, aber auch selbst für 5 Euro, eigentlich ist dieser Zustand, naja, müssen wir nicht weiter drüber sprechen. Und hier bei dem Asterix und Obelix ist der Zustand eigentlich soweit auch ganz gut. Eine Sache, die sie halt leider haben, ist hier, da hat halt mal irgendein Kind wahrscheinlich mal einen Kugelschreiber in Farbe ausprobiert oder diese Eddingstifte wie auch immer und hat da pinke Kreise drauf gemalt. So was, ob man das wegkriegt, müsste man überlegen. Eventuell das selbes Prinzip wie bei dem Mario Land. Ob das jetzt aber durch die Farbe, je nachdem, was es halt ist, was für eine Art Stift, kann es weggehen oder auch nicht. Hier merkt man aber halt zum Beispiel auch schon beim drüber gehen, hier ist es richtig rau, also die hat richtig tief immer und wieder die Kreise gemacht. Ja, da kannst du die ÖVP halt leider auch echt vergessen bei solchen Sachen. Bringt halt nicht viel, weil sonst ist die echt clean, sonst sieht die halt wirklich geil aus und ich habe die von einem guten Sammlerkollegen bekommen für einen guten Kurs. So, jetzt für die Sammlung eine schöne Geschichte, sie in der PET-Hülle zu haben zum Graden halt, aber finde ich, ich weiß nicht, ob es dafür geeignet ist, müsste man halt gucken, wie gut man das mal wegbekommt. Gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir cutten das an dieser Stelle und ich zeige euch jetzt noch einmal schnell die gegradeten Spiele. So, bevor wir jetzt starten, möchte ich ja mal sagen, ich weiß, es ist wieder ein etwas längeres Video, aber ich versuche mir da einfach für euch jetzt einfach mal Zeit zu nehmen. Ich habe eben, wie schon im Intro gesagt, ja auch schon ein paar Mal zu hören bekommen, dass ich es einfach mal zeigen soll, auf was soll man bei SIP-Sachen, wenn man SIP-Graden möchte, achten. Dementsprechend habe ich jetzt versucht, bei den Sachen, die ich halt habe, das natürlich so auch zu repräsentieren. Bei einigen Zuständen, warum wir nicht drüber sprechen, habe ich jetzt nicht immer gesagt. Bei so einem Super Mario 64, ja, sowas schickt man nicht ein, aber ich denke mal, sowas ist halt selbstverständlich. Ihr wisst aber auch, die mich schon länger verfolgen, ich bin keiner, der nur Goldbewertungen sammelt. Von dem, was ich euch jetzt hier zeige an gegradeten Sachen, ist nur ein Spiel, Goldbewertung. Ja, und alles andere ist halt Silber-Flash-Bronze. Es kommt immer drauf an, was man möchte und wie selten etwas ist. Ich hole das Ganze jetzt in dem Fall von Maruka Super Circuit nicht aus der Pulli weg, für die, die mein Video nicht gesehen haben, weil das Ganze schon verkauft ist und auch schon weggeschickt wird. Wenn ihr jetzt dieses Video seht, ist es schon längst weg. Genau, ich habe es einfach nur nochmal mit für dieses Video behalten wollen, bevor ich es losschicke, einfach weil man das ganz gut sehen kann. hier seht ihr das, hier dieser Abrieb bei dem Sitz. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, aber ich möchte das auch hier, weil es einfach gut passt, nochmal mit reinbringen. Wir hatten ja gerade eben das Prinzip mit solchen Aufklebern. Und es wird wahrscheinlich genau so ein Aufkleber, also nicht der rote, sondern es gibt hier diese Basic, diese normalen weißen, die kennt ja jeder. Ich habe hier nur gerade keins. und sowas, ja, sollte man nicht mit einem Föhn wegmachen, weil ich weiß es nicht hundertprozentig, aber man geht davon aus, was ich schon auch gehört habe und ich mittlerweile halt auch, dass das Ganze halt einfach so eine Art Verschmolzung ist. Sprich, wenn man sich das Ganze jetzt hier so anschaut, so kann man es perfekt sehen. Man hat halt versucht, mit einem heißen Föhn gehe ich mal davon aus, es halt den Kleber los zu machen, was erstmal nicht verkehrt ist. Es bringt halt aber nichts, es auch dauerhaft drauf zu halten und vor allem dann halt auch auf der härtesten Stufe. Ich würde es halt dann auf der kältesten Stufe in Anführungsstrichen nehmen und dann halt immer nur ganz kurz dran wieder weg, ganz kurz dran wieder weg, damit die Stelle wirklich nur warm wird, weil sonst passiert halt wirklich genau das und ich kann wie gesagt eher nur diesen Etikettenkleberstift an, also diesen Etiketten ferner ans Herz legen. Aber naja, theoretisch ist es auch eine Möglichkeit, nur dann kann halt leider sehr schnell auch sowas passieren, dass halt dann, dass der sehr weich geworden ist und dann beim Trocknen ist halt die, ja, die Überbleibsel vom Karton und vom Kleber, ja, ist halt dann wieder getrocknet und miteinander verschmolzen und dementsprechend sieht das Ganze halt so jetzt aus. Ich denke mal, ich habe jetzt keinen besseren Begriff außer verschmolzen, ihr wisst, was ich meine. Durch diesen Hitzebestand und dann diese Stelle und dem Kleber und allem drum und dran passiert halt dann genau das. und um sowas zu vermeiden, ähm, sollte man das Ganze halt einfach zum Beispiel mit dem Föhn nicht übertreiben. Sonst sieht man das Ganze, das ist halt die Box 75+, Pixel hat auch gesagt gehabt, das ist der einzige Grund, warum das Ganze nicht höher geworden ist, sonst wäre das Ganze beinahe 80+, gewesen. Ähm, man sieht halt sowas stuft dementsprechend das Härte runter, direkt mit zwei Grades. Ähm, ich rede jetzt immer nur von den Subgrades natürlich. Ähm, sonst aber, wenn man das Ganze jetzt hier sich so anschaut von oben, ich werde jetzt nicht jedes Spiel einzeln zeigen, ähm, weil das habe ich ja auch in meinen Videos und das dauert sonst auch einfach zu lange, ist aber der Zustand ja so ganz gut, ne, also deswegen habe ich das auch so eingeschickt, weil das optisch einfach wirklich sehr, sehr schick ist. Man, klar, man hat immer so kleine weiße Spuren, aber ich finde, sowas ist nicht schlimm. Ähm, sonst ist das halt wirklich eine sehr, sehr schicke OVOP. Sie hat natürlich überall immer so kleine Macken und jeder entscheidet anders. Ich denke mal, ja, 80+, kommt schon ganz gut hin, vielleicht sogar, ähm, wäre es vielleicht bei One ab ne 85, je nachdem, mit dem Zustand aber verständlich. So, und klar, den Rest, Card und Manual kann ich euch jetzt schlecht zeigen, aber das wollte ich euch einmal noch gezeigt haben. So, dann, ähm, ich kann euch, ich will euch jetzt nicht jedes Spiel zeigen, Pokémon Rot habe ich euch gezeigt, ähm, vielleicht noch einmal schnell die gelbe Edition, ähm, als Goldbewertung. Hier seht ihr wirklich, das Ganze ist einfach genial clean. Ihr schaut hier drauf und es sieht einfach wundervoll aus. schaut es hier euch von oben an, wirklich perfekt. Von den Seiten, von unten, man hat da keinen Abrieb, keinen Riss oder sonst irgendwie etwas. Es ist wirklich sehr, sehr clean. Das Einzige, was man hier auf der Rückseite hat, ist dieser weiße Punkt hier oben. Das ist so ein Miniaturabrieb. Sonst ist halt diese Verpackung wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Nichtsdestotrotz darf man eben nicht vergessen, dass auch bei einem Karton wie hier, wenn man das bewegt, auch Kratzer natürlich auch mit dazu ziehen. Das sind halt natürlich die leichtesten Sachen. Ähm, und hier vorne hat man tatsächlich auch noch einen kleinen Punkt, wobei ich jetzt gerade also so einen kleinen Abrieb in der OVP, die sieht man jetzt aber, glaube ich, ja, sehr, sehr schlecht. Da kann man es vielleicht ein bisschen erkennen bei dem Y, aber das ist nur Miniatur und ja, in dem Fall ist es hier die 87 gebaut. Man darf auch bei OneUp nicht vergessen, dass immer ein Altersbonus dazukommt für die, die es halt eben interessiert. Also da kann man nochmal ein bisschen was raushören, wenn es einem wichtig ist. Ähm, und ja, das ist aber halt was, da seht ihr schon, das ist einfach ein sehr, sehr cleanes Teil. Ja, was kann ich vielleicht noch einmal kurz zeigen? Ich kann, ähm, zeige ich nochmal die Donkey Kong-Teile vom Pixel, einfach um da Autos nochmal zu repräsentieren. Bestes Beispiel ist glaube ich mein Donkey Kong Country 2 in einer 60, ähm, weil der Zustand einfach grottenschlecht ist. Ähm, um das einfach mal vielleicht zu vergleichen, also, ich glaube, nur mein Super Mario 64 ist mit dem riesen Abrieb, was ich jetzt gezeigt hatte hier, nochmal deutlich schlimmer. Ähm, aber sonst kommt es schon echt ganz gut hin. also man hat hier auch schon den krassen Abrieb, aber so, wer weiß, vielleicht ist es sogar dann nur eine 50 oder so. Hm, ähm, also, oder doch noch eine 50. Ja, ihr seht halt schon, man hat hier Macke drin, die allergrößte Macke sowieso, eine Lasche hat, glaube ich, auch gefehlt, soweit ich weiß, ähm, dann hat man hier die Stelle, ähm, ganz klar, man sieht von den Seiten hier unten, von hinten ist es sogar tatsächlich eigentlich relativ gut, ne, man hat wie gesagt nur die Kanten, also was heißt nur, und hier die Knickkante, ähm, die natürlich einige Gebrauchspuren hat, von den Seiten, ähm, ja, das macht es natürlich aus. Und trotzdem hat das Ganze eine 60 bekommen und ich finde, 60 ist mehr als fair für diesen Zustand, ähm, warum habe ich sowas, warum lässt man dann doch sowas graden? Einfach auch für mich jetzt nochmal, um es für euch wieder zu spiegeln, warum, ähm, ich das halt auch mache. Zip Grading ist halt für mich auch, das sind für mich zwei Punkte. Nummer eins, ich finde Zip Grading halt spannend, weil es macht natürlich einen Reiz aus, ein gutes Grade bei Zip zu bekommen. Ähm, gerade bei besonderen Sachen, sich was zusammenzusammeln und sich das dann zusammengepuzzelt dann wegzuschicken. Wobei ich das immer, wenn der Zustand so halbwegs in Ordnung ist, ich das eigentlich nicht mache. Der zweite und größere Punkt ist vor allem, gerade bei Retro-Spielen, das ist deutlich billiger. Es ist einfach so, ähm, ja, als bestes Beispiel, so ein Pokémon, die Pokémon-Spiele und auch hier Donkey-Country-Teile, die findest du so nicht so und die kosten noch einiges an Geld und gerade jetzt hier, diese UK-Fassung mit dieser blauen Hülle, die, die, die findest du sealed nicht mehr. Vielleicht gibt's die wirklich noch eine Hand voll sealed irgendwo in irgendeinem Versteck im tiefsten Dschungel, keine Ahnung, kannst du aber sonst vergessen. Und selbst wenn du diese UK-Version mit dieser blauen UVP überhaupt findest, sind die teilweise, ist das schon eigentlich der gute Zustand. Ähm, ich hab mal nur eine gesehen, die war wirklich im besseren Zustand und die war bei, boah, auf jeden Fall über 2000, 2000, 3000 Euro, weil es auch diese Country 2 UK Big Box war und da war halt dieses Spiel mit drin. Das heißt, es ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Wert, ne, weil, so hoher Betrag, aber es war auch die Big Box-Version, ähm, wo auch halt genau diese UVP halt herkommt, ähm, aus dieser Verpackung. Dementsprechend, ja, kann ich da schwer was zu sagen, ich hab dieses Spiel mal für, ich glaub, 60, 70 Pfund irgendwie gekauft und ich wollte halt einfach mal diese blaue Box geschützt haben und so stehen haben und ich find, das sieht halt geil aus. Und das ist halt einfach auch der weitere Punkt, ähm, nicht nur, dass man Geld sparen kann und trotzdem sagen kann, man hat dieses Spiel gegradet einfach stehen für sich, ähm, weil schließlich geht es ja, das sag ich immer wieder, um Kindheitserinnerungen, ähm, um das, um die Beziehung zu diesem Spiel, diese Bindung, die man zu diesem Spiel hat, sonst ich stell mir ja kein Spiel hin, wo ich keine Bindung zu habe, außer es ist wirklich irgendwo hinten in der Ecke im Regal für die Wertsteigerung, um zu warten, dass ich es ein paar Jahre wieder verkaufen kann, aber wenn ich jetzt eine Vitrine habe, stelle ich da kein Spiel rein, was mich nicht interessiert. So, dementsprechend ist das einfach wichtig und klar, Sealed ist immer seltener und auch eine Wertsteigerung und man hat bestimmt auch so immer eine Hand für Spiele, gibt mir ja genauso, was man sagt, das möchte man Sealed stehen haben, das ist gar keine Frage, aber ich finde SIP halt auch einfach eine schöne Alternative, weil ich halt auch finde, es ist nicht selbstverständlich, gerade hohe Grades dann einfach mal zu erreichen bei SIP und wenn man es halt dann mal schafft, ist das schon was Besonderes. Ja, genau, das einfach mal so viel dazu. So habt ihr jetzt auch mal wirklich einen ziemlich schlechten Zustand gesehen, um jetzt mal einen Vergleich zu haben, nochmal schnell mein Donkey Kong Country 3 in der 75 Plus. Warum hole ich das nochmal her? Weil es hat zwar eigentlich vom ersten Anstand nach einen sehr, sehr guten Zustand, hat aber hier diesen ziemlich starken Eindruck, wo ich sogar nicht mit gedacht hätte, dass die Verpackung in der 75 Plus bekommt. Ich meine, ja, sie hat halt eben gerade im Verhältnis zu den, zum Beispiel Donkey Kong Country 2 hat die halt gar nichts dran. Also das ist dann wirklich cool. Hier ist sogar noch die Hängelasche mit dran. Sieht schon deutlich besser aus. Aber ja, es ist halt trotzdem, selbst mit so einer Sache kann man noch ein bisschen Wasser reichen. Ich will euch einfach nur zeigen, ich kann natürlich jetzt schlecht sagen, wie Pixel das macht, wie OneUp das macht. Ich kann nur Erfahrungswerte zeigen. Auch wenn mal ein Knick drin ist, wie auch immer. Es ist aber ein Spiel, wo ihr sagt, ist sogar vielleicht ein bisschen seltener und man kann das nicht so schnell austauschen. Ich würde es auch immer davon halt mit abhängig machen. Dann macht es trotzdem. Und wenn da halt nun mal eine 70 bis 80 bei rumkommt oder gerade jetzt hier so eine 75, 75 Plus, ist das, finde ich, trotzdem eine schöne Sache. Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch zeigen möchte, bevor ich dann zum Abschluss nochmal die Großkonsolen auch zeige, aus einer anderen Perspektive, um da das nochmal vielleicht so ein bisschen zu zeigen, hier mein Game Boy. Warum zeige ich den Game Boy? Ich möchte noch eine Sache zeigen, die wichtig ist. Ich kann, da möchte ich jetzt explizit nur auf OneUp zählen, weil ich nicht weiß, wie Pixel das macht, weil ich da noch keine Erfahrungen drin gemacht habe. Vielleicht hat es ja einer schon, der kann es dann gerne mal reinschreiben. Ihr seht hier diese Überlappung der VOP. Dieses Thema hatten wir ja schon mal und die, die mein Video gesehen haben, wissen auch, es ist halt so, dass das falsch gestanzt worden ist. Ihr seht, hier ist die Linie, die Linie und die geht hier dann auf einmal viel weiter nach oben. Es ist, da ist ein falscher Grundknick drin. Wenn man sich das Ganze so anschaut, es muss so überlappt sein, damit das nochmal reingeht. Sonst wäre das hier zu kurz. Das heißt, die haben da einen Fehler gemacht, das ist ein Produktionsfehler. Es ist entweder falsch gestanzt in dem Fall, also falscher Knick, oder es gibt hier diese Klebestreifen in dem Fall, wofür man das Ganze halt eben, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, das habe ich von OneUp auch gehört, dass man praktisch, wenn die zusammengesetzt werden und so, gibt es hier diese Klebestreifen, die OVPs, und ja, da hat das irgendwie auch mit einen Bezug zu, ich kenne mich da ehrlich gesagt halt auch nicht so krass jetzt mit aus, da kann mir gerne OneUp sonst auch nochmal helfen, wie das jetzt gemeint war, da hätte ich jetzt gerade meine Klappe halten sollen, egal, auf jeden Fall ist es ein Produktionsfehler, so, darauf wollte ich hinaus, ähm, das kann eben verschiedene Hintergründe haben, ne, wenn die zusammengesetzt werden, eben durch diesen Klebestreifen oder eben durch die falsche Stanzung, sowas ist natürlich zwar doof, und er hat auch einen leichten Einfluss, aber nur mini-minimal, weil, klar, es hat, es muss einen Einfluss haben, weil es ja auch optischen Unterschied macht, aber es ist kein, kein Zustandsproblem, also, wie soll ich das nennen, es ist jetzt nicht, weil das Spiel benutzt wurde, wie hier, und dann kommen irgendwann diese Kanten halt zum Vorschein, oder diese, wenn man es jetzt hier so sieht, nicht nur diese Abriebe vom Karton, sondern das ist halt schon immer so gewesen, es ist keine Überdehnung von Selbstverursachen, wie ich das ja selber erst auch dachte, sondern es ist halt einfach ein Produktionsfehler, und bei so einem Produktionsfehler kann man selber nichts für, und da sagt halt zum Beispiel OneUp, das hat dann nur einen minimalen kleinen Einfluss. Das einfach nochmal für die, die vielleicht auch sowas in der Art Zuhause haben und überprüfen wollen, die, die sich unsicher sind, schickt oder fragt OneUp da gerne zum Beispiel mal nach, die unterstützen euch da immer ganz gut, und ja, das wollte ich euch einfach nur nochmal hier einmal repräsentieren. Gut, da würde ich sagen, war es das eigentlich hier an dieser Stelle, ich habe euch jetzt eigentlich alles Mögliche gezeigt, was irgendwie wichtig ist, ich habe euch jetzt Gameboy-Spiele gezeigt, Super Nintendo-Spiele, gegradet, ungegradet, ähm, ich kann gerne nochmal zum Abschluss, um auf mein Fazit zu kommen, bevor ich euch die Konsolen zeige, nochmal die blaue Edition kurz herholen, ähm, weil mit der 80 ist es ein guter Durchschnitt, also wichtig, nochmal Zusammenfassung, achtet auf Kratzer, auf dem Karton, ganz klar, normale Kratzer, dann Farbabriebe, Abrisse sind natürlich deutlich schlimmer, also ich finde, normale Kratzer sind immer nur minimal, auch mein Pokémon gelbe Edition hat leichte Kratzer drauf, das ist, sonst wäre es noch höher, aber da könnt ihr ja trotzdem eine gute Goldbewertung mitkriegen, ähm, dann je nachdem, hat es so, zwei Abriebe drin, dass da sogar vielleicht komplette, ähm, dass die Farbe fehlt, ist dann Abriss drin, mit, dass der Karton komplett sogar mit fehlt, dass du nur noch so Kartonstücke siehst, ähm, ist es verblasst, hast du so Kanten eben, wie stark sind die Kanten, hier ist es ja anders, als jetzt natürlich jetzt eben an so einer Stelle, geschweige denn hier, auf sowas muss geachtet werden, ähm, all solche Geschichten, du hast auch trotzdem hier, zum Beispiel einen Abrieb drin, also hier ist so ein Abriss drin, äh, beziehungsweise das ist ja kein Abriss, sondern eher so ein Abrieb, was ich meine, es ist noch komplett oberflächlich, es ist nicht das wirklich tiefergründig, was fehlt, kennt man ja manchmal auch, wenn man eben jetzt so einen Kleber wegmachen würde, ähm, sondern das ist jetzt so oberflächlich, so, komm, trotzdem hat das Ganze jetzt hier eben eine 79 bekommen, und das trotz mit, alter Bonus, das heißt eigentlich, wenn man so bei einer, war 75 roundabout dann gewesen, ähm, genau, und, man kann da trotzdem was schaffen, wenn der Rest gut ist, bei SIP ist es halt wichtig, ähm, dass alle Komponenten, immer zu verstehen, dass alle Komponenten eine Rolle spielen, man hat es hier, 79, aber Kart ist 91, in einem super Zustand gewesen, so kann ich, wie gesagt, schlecht ja jetzt zeigen, Manual, ähnliches Prinzip, hat ein paar Kratzer gehabt, leichte, ich glaube, auch leichte Knicke, war aber nur minimal, deswegen 81, vollkommen in Ordnung, und somit ist es halt, äh, man muss immer so ein bisschen drauf achten, was natürlich einem wichtig ist, ist es einem egal vom optischen her, gerade weil es vielleicht ein selteneres oder teureres Spiel ist, dann sollte man auch, finde ich, zufrieden sein, wenn man lieber eine Stufe schlechter, man spart sich dafür das Geld, es liegt aber halt immer im Auge des Betrachters, so ich zum Beispiel, habe mir immer gesagt, Minimum eine 80, die habe ich hier erreicht, damit bin ich zufrieden, weil wenn ich mir das Ganze jetzt hier so anschaue, sieht das, man sieht Gebrauchsspuren, aber es ist nichts Schlimmes, wenn ich mir das Ganze so anschaue, wäre zum Beispiel, dieser Abrieb jetzt hier vorne, würde ich das nicht raiden lassen, weil man sieht ein, man schaut sich das an, ich schaue mir die Front an, und ich schaue mir die Rückseite an, ich habe regelmäßig abends, dass ich einfach mal hier noch ins Gamingzimmer gehe, mich auf meinen Stuhl setze, und meine Spiele in die Hand nehme, ich weiß nicht, ob ich der einzige Vollidiot bin, der das so macht, ist aber so, und mich macht das glücklich, einfach mir nochmal die Sachen in der Hand zu haben, und zu sagen, Mann, das ist jetzt in meiner Sammlung, das ist so geil, es macht mich glücklich, gerade die Pokémon-Spiele zum Beispiel jetzt auch, es ist einfach Kindheit gewesen, so, und dementsprechend habe ich halt keine Lust, dann so einen Abrieb hier vorne zu haben, geschweige denn, wenn es irgendwo auf Totoks Gesicht, oder auf dem Pokémon-Schriftzug oder sonst was ist, es sieht einfach nicht aus, so, dann habe ich lieber hier oben so ein paar kleine Spuren, sowas ist mir halt zum Beispiel persönlich immer wichtig, ich würde halt aber, wie gesagt, wenn es seltenere Sachen sind, wie mein Donkey Country 2, würde ich auch davon Abschied nehmen, also dann, dann muss man halt einfach sagen, ach komm, egal, und dafür sieht ja die Frontraum zum Beispiel trotzdem noch ziemlich clean aus, da habe ich auch noch deutlich schlimmere gesehen, auf sowas würde ich halt immer achten, dann eben natürlich, wenn du solche Sachen hast, wie Kotfleck und Co., würde ich in Zukunft die Finger von lassen, ich habe es damals gekauft, weil wir uns nicht sicher waren, wie alt ist das, ich hatte mit ihm darüber gesprochen gehabt, und, ähm, ja, man konnte es leider doch nicht wegmachen, und ich wollte es natürlich jetzt aber nicht sagen, ich grade es nicht, dementsprechend ist halt nur die 65 Plus dabei rumgekommen, ich werde es irgendwann nochmal upgraden, aber nichtsdestotrotz, ist das das beste Beispiel, eine 65 Plus ist nichts, aber es ist einfach ein schönes Gefühl, dieses Spiel in den Händen zu halten, sich das anzuschauen, und von vorne ist das halt trotzdem clean, und sowas macht mich glücklich, so, und dementsprechend, ja, klar, es ist doof, mit solchen Sachen, ähm, aber es zeigt halt, aber auch, es muss nicht immer so ein riesiger Abrieb sein, ähm, damit, das auch mal schlechter wird, sondern dann kann halt eben auch solche Code Sachen, in dem Fall so Fliegencode oder so, mit von der Partie sein, warum das Ganze eben schlechter wird, und man muss halt echt auf die Laschen achten, Leute, achtet bitte auf die Laschen, das ist immer ganz, ganz wichtig, wenn euch, also wenn ihr was kaufen wollt, und, ähm, egal, über Ebay, Kleinanzeigen, was auch immer, Community, aber diesen, in der Regel läuft es da immer ja sehr, sehr gut, aber egal, wo ihr was kaufen wollt, oder auf dem Flohmarkt auch, aber da kann man es ja leicht machen, nehmt es immer in die Hand, schaut euch die Laschen an, weil ganz oft ist es halt ja wirklich so, Front sieht gut aus, hinten sieht erstmal gut aus, nur ein paar kleine Sachen, hatte ich, ähm, jetzt vor ein paar Tagen auf dem Flohmarkt auch, ähm, ein Mario Party, äh, boah, wie hieß das denn, ey, auch für den Game Boy Advance, dieser Titel, diesen Mario Party Titel, ähm, sah mega geil aus, dachte so, ey, 40, 40, 45 Euro wollte der haben, mega geil, macht das Ganze auf, Laschet komplett zerfetzt, Anleitung komplett zerfetzt, und ich dachte mir so, wow, deswegen achtet da mal drauf, klar, man hätte es jetzt kaufen können, und dann wieder zusammen puzzeln können, aber dann kannst du halt auch wieder, ähm, das schon fertig, also fertig, in einem besseren Zustand in der Regel kaufen, es kommt halt eben, man muss immer wirklich, bei den Spielen, die man halt haben will, immer recherchieren, selber drauf achten, wie wertvoll ist dieses Spiel, wie oft ist es vertreten, ist es sinnvoller, eher das komplett zu kaufen, ne, von der Wertigkeit her, Beispiel des Mario Party, das kriegst du in der Regel, so zwischen, je nach Zustand, ja, 80 bis, sagen wir, 120 Euro, ähm, in dem Zustand, wo ich sage, da kann ich gut mit leben, wo ich einschätzen würde, dass man da auch wieder so, was zwischen 80, 85 bekommen kann, und das wäre es mir halt wert, ähm, und die OVP wäre halt auch nur eher, trotzdem mit ein paar Spuren, so jetzt hier, wie die blaue Edition ähnlich gewesen, also Raw and Body 80, und den Rest hätte ich mir erst mal zusammen puzzeln müssen, so, bei One-Up aber als Beispiel, da gebe ich Gameball-Spiele hin, ist die OVP 70%, dann macht das für mich keinen Sinn, sich den Rest zusammen zu sammeln, bis du noch mal eine Anleitung findest, einzeln gebraucht, ohne noch mal mehr Geld in die Hand zu nehmen, um das dann wieder reinzupacken und so, das heißt, du müsstest dir erst mal wieder das Geld zur Seite legen, ne, immer wieder die Spiele kaufen, machen auch einige, da ist die OVP gut, da das, da das, und den Rest wieder verkaufen, das muss aber auch erst mal loswerden, weil du hast ja letztendlich dann irgendwann eine Kombi, die dann komplett zerfetzt ist, wie man Donkey Kong lernt, hier im Rest-Case-Szenario, und das soll dann jemand kaufen, gerade in der heutigen Zeit, man muss es halt wirklich für sich selber vergleichen, so, da gibt es keine Faustregel, ähm, kann man nicht machen, aber, ich würde halt einfach sagen, vergleicht immer bei den Spielen, die ihr haben wollt, ähm, und ich finde, ja, mein Fazit dazu, ist einfach, SIP ist eine wunderbare Sache, es macht für mich einfach persönlich auch Spaß, einfach SIP zu sammeln, sich die Komponenten immer wieder anzuschauen, zu schauen, ne, okay, was könnte das, es macht viel mehr Spaß zu raten, was für ein Grade dabei rumkommt, wie ich das immer bei diesen ganzen Unpack-Videos auch mache, als bei den Sealed Games, weil, du kannst schon, bei den Boxen habe ich schon keine Lust, was zu sagen, weil es macht eh keinen Sinn, es macht einfach keinen Sinn, das Einzige, was du, also wenn nicht wirklich dann ab, eine Bruchkante schon drin ist oder so, ne, also dass irgendwas, fehlt, kannst du es vergessen, und bei den Sealeds, ja gut, klar, da guckst du drauf, hat es einen Riss drin oder nicht, oder hat es ein paar Kratzer mehr, oder ist die Gewält, da kannst du ein bisschen drauf achten, aber bei SIP kannst du viel mehr den Zustand selber beurteilen, und, ähm, wie gesagt, dann halt mal zu sagen, hey komm, du schaust, was du da draus machen kannst, gut, 80 ist es noch relativ human, aber bestes Beispiel, und da hatte ich halt aber auch mega Glück, war jetzt diese gelbe Edition, das hier jetzt als SIP in der 85 plus zu haben, ist wirklich gigantisch, schaut euch mal die Pokémon SIP Games von Vata an, die sind in der Regel vierstellig, jetzt gerade natürlich eher weniger, weil der Markt ist gerade tot auf gut Deutsch, also da kannst du, ja, kann man gerade vergessen, aber prinzipiell sind die halt wirklich im hohen dreistelligen, teils vierstelligen Betrag, je nach Wertung, wenn du so ein Pokémon 9-0 aufwärts hast, das ist brutal, es ist einfach brutal, also die Preise sind trotzdem gigantisch, und das zeigt halt einfach, ähm, es ist nochmal eine Klasse für sich, ich finde, das ist eine andere Art von Sammeln, wenn man SIP Sachen sammelt, als wenn man SEALT Sachen sammelt, SEALT hat ein ganz anderes Argument wie SIP, so, und es muss halt einem klar sein, und ich habe mir halt persönlich gesagt, für mich macht SIP in der Regel mehr Spaß, ich werde natürlich immer schauen und noch SEALT Sachen sammeln, einfach weil ich weiß, ähm, gerade neuere Sachen, in Anführungsstrichen, ne, wie ich jetzt meine Xbox 360 habe, meine Wii, Wii U Games, sowas macht man nicht gebraucht, aber so Retro Sachen, NES, SNES, Game Boy, N64, das sind die Sachen, alles, wo du noch so mit Kartons so zu tun hast, da würde ich sagen, macht SIP, für mich, finde ich persönlich, hat mehr Sinn, einfach, weil das mehr Geld bringt, so, die Pokémon-Spiele haben auch ihre 200 Tacken gekostet, so, ich habe jetzt für alle drei, das waren 600 Euro reine Spielkosten, wenn man sich das aber mal überlegt, gut, Rote Edition war jetzt ein Reinfall, ähm, aber selbst da, ne, also zusammengerechnet, das eine war ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger, selbst die Pokémon-Rote Edition wäre so, wie sie da liegt, 100, ich würde jetzt mal schätzen, zwischen 100 und 150 Wert, also, trotzdem hat die einen gewissen Wert, ähm, für die, die es nicht so wichtig ist, also, jetzt rein, spieletechnisch gesehen, ähm, ich hätte es, würde es mal auf die 150 circa schätzen, 130 bis 150, ähm, dann muss man halt wirklich schauen, was halt gerade so ist, ich finde, der Markt ist halt doch schwierig, da jetzt gerade was, ja, da sehen wir uns gerade im Kreis, ähm, der Markt ist gerade schwierig, als Beispiel zu nehmen, weil der existiert eigentlich gerade nicht, sammelt das, was ihr möchtet, schaut gerne immer wieder auf Flohmärkten, einige haben ja solche Zustände, aber im Bestfall ist es halt wirklich, Kleinanzeigen, euch Bilder schicken lassen, ähm, oder Ebay mit Rückgaberecht, vielleicht mal auch über Händler, das habe ich tatsächlich bei allen drei Pokémon Games gemacht, ähm, bei, nee, tatsächlich, bei Blau und bei Rot war es nicht so, ich bin, also bei Blau bin ich mir nicht sicher, bei Rot war ohne, ähm, aber da habe ich mir einige Bilder dafür halt schicken lassen, und dementsprechend, ja, wusste ich das ja, aber es war halt Risiko. Gut, das war's jetzt, würde ich mal sagen, es ist ein langes Video geworden, aber ich glaube, ich habe jetzt einfach alles gesagt, ich, wir haben angesprochen, ich habe angesprochen, was, muss man auf, also, auf was muss man achten, ne, hatte ich ja jetzt schon gesagt, allgemeiner Zustand, abrisse, abrisse, riebe, kratzer, dällen, knicke, was auch immer, fehlt irgendwie etwas, ähm, dann prinzipiell eben, OVP, Anleitung und Modul, alles sollte im guten Zustand sein, ihr habt jetzt verschiedene Zustände gesehen, gut, Anleitung jetzt nicht groß, ähm, weil ich da jetzt keine hatte, ähm, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber, ich finde, Donkey Kong Lern, zeigt es eigentlich ganz gut, solange es in so einem Zustand ist, würde ich es einschicken, ähm, es ist in Ordnung, wenn ihr nicht zu penibel seid, seid ihr penibel, bringt das hier gar nichts, weil man sieht ein paar Spuren, aber so eine Anleitung jetzt wie hier, gut, hier ist es schon ein bisschen grenzwertig, tatsächlich, aber die Anleitung wäre jetzt hier, zwischen 75 und 80, es kommt halt echt ein bisschen drauf an, was man halt will, es ist wirklich so, es ist ein guter Silberwert, ne, um es halt so hinzukriegen, wenn man weiß, der Rest ist gut, Modul ist gut, OVP ist gut, ist das eine Anleitung, die man auf jeden Fall getrost reinmachen kann, sich das nicht so schlimm, dass man sie halt nicht reinmachen sollte, so ist es, denke ich mal, ganz gut formuliert, ähm, wie gesagt, es kommt auf die Spiele an, ihr, ähm, seht es ja auch in Zukunft immer, wenn ich mir Sipp-Spiele kaufe, in meinen Unpack-Videos, zeige ich ja immer die einzelnen Komponenten auch, und werde auch immer so ein bisschen darüber sprechen, aber viele Leute haben sich einfach jetzt mal so ein Video gewünscht, auf was man achten soll, äh, auf was ich achte, wie gesagt, mir ist es optisch einfach wichtig, ähm, dann je nach Seltenheit des Spiels, ist mir das Great halt, also das Great ist mir sowieso prinzipiell immer relativ zweitrangig, bei den meisten Games, ähm, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, ähm, ja, wie gesagt, gerade bei den Pokémon-Sachen, ich sag's ja immer, ab 80 aufwärts bin ich sowieso happy, ähm, und, bei den Donkey Kongs zum Beispiel, da bin ich ein bisschen traurig, bei den Pixels zu spielen, dass sie so schlecht sind, ich wusste, dass sie keinen guten Zustand sind, aber ich, das war halt meine erste Sub für Pixel, ähm, und ich wollte die Donkey Kong-Teile gegradet stehen haben, ich werde die irgendwann nicht austauschen, aber nochmal, zusätzlich in einen besseren Zustand holen, im Bestfall-Sealed, das ist zum Beispiel was, wo ich weiß, okay, die möchte ich unbedingt haben, in dieser Player-Choice-Version, ähm, irgendwann mal in meinem Leben, ey, will ich genug Geld dafür haben, so teuer sind die ja aktuell eigentlich gerade nicht, aber man muss das ja trotzdem erstmal haben, ja, genau, das sind dann halt solche Sachen, man hat dann so Highlights, so Kindheitserinnerungen, Pokémon, Donkey Kong, Mario, man, man hat halt einfach solche Sachen, und, ähm, gerade die Spiele, die ich vielleicht in dem letzten Video, das kann ich euch nochmal ans Herz legen, das müsste, glaube ich, die Sub aus dem Unpacked März Video gewesen sein, ähm, mit Super Mario Land 1 und 2, Kirby und so, die waren alle in einem sehr, sehr guten Zustand, wo wir auch schätzen, so 75, äh, 85 bis 85 plus, da bin ich gespannt, wenn die wiederkommen, und, ja, dann habe ich jetzt eigentlich soweit alles angesprochen, solltet ihr noch Fragen an mich haben, schreibt es gerne in die Kommentare, ich beantworte es gerne, schreibt mich gerne über Instagram an, ähm, ich liebe es, mit euch einfach immer zu quatschen und diskutieren, ob durch Videos, durch Postings, durch Stories, komme ich immer wieder mit Leuten ins Gespräch, es ist einfach herrlich, ich liebe es, egal ob ihr in der Community seid oder nicht, oder auch vielleicht nicht möchtet, habt ihr trotzdem eine Frage, schreibt mich gerne an, ähm, freut mich jedes Mal, je nach aktueller Lage, kann es natürlich auch mal immer, mal ein paar Stunden, ein paar Tage dauern, bis ich antworte, ähm, dann tut es mir natürlich auf jeden Fall leid, aber ich versuche da immer so schnell wie möglich, darauf zu antworten, das war es jetzt an dieser Stelle, ich mache jetzt den allerletzten Cut, zeige euch jetzt nochmal schnell, ähm, zwei Konsolen, die ich hier, ähm, als SIP gegradet habe, und dann war es das. So, machen wir es von der Perspektive, bei Konsolen ist es immer ein bisschen schwierig, das zu zeigen, also, ihr seht auch hier, mein Donkey Kong 64 Pack, ich zeige jetzt nicht alles im Detail, ähm, schaut euch sonst da gerne auch mein Video zu an, als ich es hier ausgepackt habe, ähm, man hat hier, es ist jetzt eine 70er Bewertung, ähm, ist auch ziemlich eindeutig, die Box hat eine 70 bekommen, Kart 67, Manual eine 70, also, sie hatten alle ihre Macken, ähm, prinzipiell war das aber trotzdem, ist dieser Zustand in Ordnung. Man darf nicht vergessen, das ist nochmal eine wichtige Sache, es kommt auch auf die Größe des Produktes an, auf das Spiel, auf die Konsole, was auch immer, ähm, hast du einen 5 cm großen Kratzer, ist es ein Unterschied, ob der auf so einer Konsole drauf ist, und halt, keine Ahnung, hier irgendwie mit drauf ist, oder, ist es ein Gameboy Spiel, und es nimmt, schon gefühlt die Hälfte, oder die Hälfte an Platz ein, es ist ein Unterschied, das darf man nicht vergessen, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. So, klar, man hat dann solche Sachen wie hier, ähm, solche Knickkanten mit drin, ne, weil man es geöffnet hat, dann hier, weil das schon tausendmal geöffnet wurde, dass dann diese Kartonsachen mal abgehen, und so, ähm, man hat einfach solche Stellen. Das war mir wichtig, euch noch einmal zu zeigen, auch mit sowas, kann man noch eine 70er bekommen, und ich finde 70 prinzipiell, nicht so schlimm. Wie gesagt, meine Grundprämisse ist, alles ab 80 ist genial, also da bin ich super happy mit, ähm, aber eben, je nach Seltenheitswert, und das ist halt nun mal, bei so einer Donkey Kong Konsole jetzt hier, diesem Donkey Kong 64 Pack, das findet man halt auch nicht an jeder Ecke, und dann halt auch nicht mit jedem Zustand. So, und, damit bin ich mit einer 70 wirklich mehr als glücklich, weil, wenn man jetzt hier wieder drauf schaut, so, ähm, muss man sagen, ist das Ganze trotzdem clean. Klar, du siehst an den Kanten und so die Gebrauchsspuren, aber ich finde das nicht schlimm. Ähm, gerade bei solchen Sachen, es zeigt halt einfach, es ist alt, dieses Produkt darf doch zeigen, dass es alt ist. Das ist immer so eine Sache, die ich nicht verstehe. Das eine ist für mich ein, eine Optik, die das nicht mehr schön macht, aber, wenn ich jetzt sehe, gerade hier an der Lasche, es ist nichts weggerissen, sondern, es ist halt gebraucht. Ja, klar, es sieht jetzt nicht perfekt aus, ein bisschen weniger zerfleddert, wäre natürlich schön gewesen, aber prinzipiell, kann ich damit leben. Bloß, weil ich hier jetzt sehe, da ist die Kante, da ist eine Kante, eine AP, siehst du Gebrauchsspuren, hier unten die Sachen, aber es, und hier ist natürlich mal ein Knick drin und so, und hier vorne ein bisschen, aber, es ist, das Ding ist uralt. Das ist was, die Konsole kam 1994 raus, Leute. Das, das muss man sich halt einfach mal geben. So, das Ding ist jetzt fast 30 Jahre alt. So, ähm, das darf mal ein paar Gebrauchsspuren haben, so sehe ich das. So, sowas wirst du eh nicht sealed finden, das heißt, sowas sammelt man zip. Das ist einfach so. Gerade bei Konsolen ist es ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt, das weiß ich, viele sehen das auch tatsächlich so. Ähm, es gibt auch wieder Leute, die sagen, Spiele nur sealed bei Konsolen, ne, gerade älteren ist klar. Keiner will, was weiß ich, einen fünfstelligen Betrag ausgeben für eine, Super Nintendo, der N64 sealed. Das ist, wenn man sie überhaupt noch finden sollte, das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, wollte ich damit hier nur nochmal loswerden, dass halt einfach, ähm, es für mich auch in Ordnung ist und es sollte auch, finde ich, sollte es auch wieder für viel mehr Leute einfach in Ordnung sein, dass auch sowas mal Gebrauchsspuren haben kann und das man eben unterscheiden sollte zwischen, man sieht das Alter und damit halt aber auch die Geschichte dahinter. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, ich finde, man kann einfach bei gewissen Sachen ruhig sagen, komm, das ist was Besonderes. Genau. So, und als letztes nochmal kurz, um euch das Ganze einfach zu zeigen, auch meine Star Wars Battlefront PS4 Konsole, die ich selber besessen habe, ist wieder ein perfektes Beispiel dafür. Sie hatten eine 77, bedeutet, es wäre eine, mit dem neuen Label, was sie jetzt hätten, eine 75 in dem Fall, ähm, als Overgrade, weil es bräuchte mindestens die 78 für die 75 plus. Ähm, sieht so eigentlich echt super aus, hat halt aber einen Einriss in der Lasche oben ähm, und auch auf der Unterseite war eine Stelle, die leicht eingerissen war, dementsprechend hat es das halt einfach runtergezogen, das heißt, man sieht, sie hat halt, ähm, nicht so viele Abriebe, wie zum Beispiel die Donkey Kong Konsole, ähm, sondern sieht ja hier sonst überall so weit echt clean aus, aber sie hat halt dafür größere Einrissstellen, ähm, durch die bisherige Lagerung, ähm, gerade durchs Öffnen von der OVP ist mir das damals, direkt am ersten Tag, als ich sie bekommen habe, an Weihnachten damals, ähm, ist mir die Lasche eingerissen beim ersten Mal Öffnen, sowas von dämlich, ähm, ich, ja, oder wo ist sie dazu gemacht? Auf jeden Fall auch noch an dem Abend selbst, ähm, dementsprechend, ja, ist es trotzdem für mich nicht schlimm, auch diese Version jetzt in der deutschen Version Ziel zu bekommen, in einem guten Zustand, boah, ich finde das erstmal, und dann für einen halbwegs guten Kurs, die amerikanischen Version, siehst du noch mehr etwas öfters, ähm, und für mich einfach, um das Geschützte einfach stehen zu haben, ich finde das einfach so geil, jedes Mal hier reinzukommen, diese Konsole jetzt hier so stehen zu haben, ich habe die PS5, womit ich PS4 Spiele spielen kann, dementsprechend wusste ich, ich muss die nicht nochmal benutzen, und habe die jetzt einfach gesichert, und geschützt hier stehen, und es sieht doch einfach geil aus, und das ist einfach, wie ich finde, die Hauptsache. Ja, sehr schön, ich hoffe, das hat euch jetzt nochmal ein bisschen weitergeholfen, nochmal die zwei Zustände der bisherigen Konsolen, die ich jetzt hier gegradet stehen habe, zu sehen, ähm, auch um einfach nochmal zu zeigen, ne, es ist cleaner, erstmal von der Optik, hat trotzdem nur eine 75, ist also nur eine Stufe besser, oder ich weiß gar nicht, ob es eine 70 Plus gerade gibt, ein oder zwei Stufen besser, als die solche Donkey-Konsolen, wo die erstmal viel, viel schlimmer aussieht, und auch einen Einriss hat, in der Lasche wohl gemerkt, aber hier war es halt einfach extremer, ähm, dementsprechend, es kommt halt echt auf die Waagschale an, man muss da immer so ein bisschen drauf achten, aber auch mit etwas stärkeren gebrauchten Zuständen, kann man halt immer noch was zwischen 70 und 80 bekommen, und es muss halt auch irgendwann immer penibler werden, sonst machen auch die Grades natürlich keinen Sinn. Das soll es jetzt von mir gewesen sein, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, schreibt mich gerne an, und, ähm, sonst natürlich auch auf dem Discord, gar kein Problem, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen, ich hoffe, dieses Video in Spielfilmlänge gefühlt, hat euch aber trotzdem gefallen, es hat euch weitergeholfen, ähm, gerade für die Sammler jetzt, da wird es vielleicht weniger was für sein, die jetzt schon länger in der Materie drin sind, aber gerade für die Neulinge vielleicht, oder die Neulinge im SIP-Bereich sind, hat das Ganze vielleicht nochmal weitergeholfen. Klar, ich konnte es auch nicht bei allem weiterhelfen und alles zeigen, aber ich konnte meine persönlichen bisherigen Erfahrungen einfach, ähm, ja, auch nochmal mitteilen, und ich muss ja auch einfach mal sagen, das, was wir an Spielen gesehen haben bisher, was ich euch immer wieder gezeigt habe bei den Unpacked-Videos und danach im Grade gesehen haben bisher, hat ja immer eigentlich ganz gut bisher so gepasst von den Zuständen her, das Einzige, was es rausgerissen hat, aktuell war die Pokémon-Rote-Edition, ähm, aber halt auch mit der Prämisse dachte ich ja damals auch, dass wir diese Flecken wegkriegen. Ähm, ja, dementsprechend bin ich sonst aber bisher immer so von den Einschätzungen bisher sehr glücklich und sehr zufrieden gewesen, äh, dementsprechend hat es ja ganz gut gepasst. Also, ich bedanke mich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und Leute, haut rein! THE END THE END THE END THE END Bis zum nächsten Mal.